Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir wollen heute nochmal ein bisschen ausführlicher über das Harving sprechen, das ja nun nur noch 10 Tage bevor steht. Und es streiten sich so ein bisschen die Geister, was passiert. Ja, wird es bullisch, wird es bärisch, wird einfach gar nichts passieren, geht es seitwärts und so weiter und so fort. Wir wollen ein paar, ja, Theorien durchgehen, wie das ausfallen könnte. Ich bin natürlich auch wieder super gespannt auf eure Meinung, die ihr mir selbstverständlich wieder gerne in die Kommentare schreiben dürft, wie ihr denkt. Ja, wird das Ganze ausfallen, wird es ein Sell-the-News-Event, wird einfach gar nichts passieren oder wird das extrem bullisch. Ich bin da super gespannt schon mal auf eure Kommentare und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, gehen wir rüber in den Splitscreen. Das ist jetzt gerade der Bitcoin-Kurs, der macht mal wieder genauso weiter hier in der Range, beziehungsweise kurz drüber über das höchsten Key-Price-Level, was wir hier jetzt aktuell noch haben. Da tanzt da so ein bisschen gerade 70.000 Dollar. Und ja, das Harving, wie wir hier sehen können auf CoinMarketGap, steht es auch in 10 Tagen, beziehungsweise in 10 Tagen und 8 Stunden ist es soweit, dass Bitcoin-Harving findet statt. Und erstmal vorweg, wieso, warum, weshalb, gehen überhaupt alle davon aus oder war es in der Vergangenheit so, dass nach dem Harving quasi der Bullenmarkt oder der Bullrun, besser gesagt, eröffnet ist und es absolut steil geht, wie wir das 2020 gesehen haben, wie wir das nach 2016, nach 2012 und so weiter immer gesehen haben. So, warum ist das überhaupt so? Weil letztendlich die Miner, ja, das sind ja quasi auch die, die im Netzwerk immer so ein bisschen für die, oder hauptsächlich natürlich auch für die Sell-Pressure sorgen, weil die müssen natürlich ihre Kosten decken und dementsprechend im Bitcoin letztendlich Profite ziehen und dadurch abverkaufen, weil wir wollen ja auch nicht nur kostendeckend arbeiten, wir müssen ja auch irgendwo etwas verdienen. So, und diese sogenannte Sell-Pressure, die nimmt natürlich durch diesen Harving-Prozess ab. Also erstmal generell ist es natürlich eine Verknappung, es wird weniger ausgeschüttet, also ein weniger inflationären Prozess, deflationär ist es nicht, weil es wird ja nicht weniger. Rein theoretisch schon, wenn permanent Leute natürlich auch immer mal ihr Passwort vergessen und so weiter, dann ist es rein theoretisch auch irgendwo ein deflationärer Prozess, aber durch das Harving wird es natürlich weniger inflationär, also es wird weniger ausgeschüttet, was generell natürlich ein extrem guter Prozess ist, natürlich für den Bitcoin schon immer gewesen, das sind ja auch die Regeln des Bitcoins. Ja, und was passiert aber letztendlich durch dieses Harving? Letztendlich für die gleiche Arbeit, für die gleiche Leistung, die die Miner zur Verfügung stellen, kriegen sie nur noch die Hälfte des Ertrags. Das heißt, es ist für die Miner nicht mehr so attraktiv zu verkaufen und sie verkaufen nicht mehr, sondern sie hoddeln, weil sie müssen ja rein theoretisch darauf warten, dass sich der Preis mindestens mal verdoppelt, damit sie ihren alten Ertrag wieder haben. Und das wissen natürlich auch die Anleger, die Investoren und so weiter, weil wenn die permanent im Vorfeld schon kaufen, 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 ja, dann scheißen die Miner denen auf gut Deutsch gesagt ja immer wieder auf den Kopf und die verkaufen. Wenn sie aber wissen, okay, die können oder die werden jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr verkaufen, weil es sich für die Miner nicht mehr lohnt, das ist natürlich naheliegend dann für uns. Deswegen können wir kaufen, deswegen haben wir mehr Buy Pressure, weil die uns nicht auf den Kopf dampen werden, zumindest nicht mal mindestens bevor eine Verdopplung des Preises theoretisch stattgefunden hat. Und das hat natürlich in der Vergangenheit einfach immer für diesen Push ausgelöst. Wir haben eine Verknappung, also eine Verknappung der Ausschüttung und weniger Sale Pressure von den Minern, das heißt steigende Kurse. Und so haben wir das immer in einem Vierjahreszyklus gesehen, das hat auch immer sehr, sehr gut gepasst. Aber nach und nach, Bitcoin-Maxis werden wir natürlich widersprechen, für den Bitcoin hat sich natürlich das Regelwerk nicht geändert, aber das Halving ist mehr und mehr einfach zu einem psychologischen Effekt auch einfach geworden, weil jeder weiß, dass Halving kommt und das und das hat es in der Vergangenheit immer ausgelöst. Aber es ist ja nun mal logisch, dass der Großteil aller Bitcoins jetzt im Umlauf sind. Also das rein von der Ausschüttung, von der Verknappung her, der Ausschüttung der Bitcoin bezüglich Angebot-Nachfrage, ist das jetzige Halving ja nicht mal ansatzweise mehr das, wie es zum Beispiel vor drei Halvings 2012 noch gewesen ist oder so. Das hat ja lange nicht mehr den Einfluss oder die Auswirkungen, die es damals hatte. Das heißt, es wird mehr und mehr, zumindest aus meiner und vieler anderer Sicht, auch ein psychologischer Effekt einfach, dass es nach dem Halving extrem losgeht. Deswegen haben wir ja dieses Mal ohnehin zusätzlich, dadurch, dass es nur noch mehr oder minder ein psychologischer Effekt ist, plus natürlich institutionelle Anleger, die ETF-Geschichten, Zinserhöhungen. Also es ist ja wirklich nur mal diesmal alles anders im Markt, als wir das üblich kennen. Bitcoin ist ja mit einer Nullzins-Politik da eigentlich gestartet. Es gab nie steigende Zinsen seitdem. Und dieses Mal ist ja wirklich alles anders. Deswegen haben wir zum ersten Mal auch tatsächlich ein neues All-Time-High gesehen, bevor das Halving stattfindet. Auch da lässt sich natürlich noch so ein bisschen drüber schreiten, bezüglich natürlich auch der Inflation des Dollars. Also rein theoretisch ist im Dollarwert es natürlich höher. Aber wenn man es natürlich verhältnismäßig gegenrechnet von dem Wert des Dollars, dann ist es so gesehen noch gar kein All-Time-High. Aber trotzdem, das haben wir ja in den früheren Zyklen auch gehabt. Also das ist ja naheliegend. Und im Endeffekt fehlt ja auch nicht viel Unterschied in dem Sinne. Hat es trotzdem so in der Form noch nie gegeben. Ja, und da streiten sich natürlich die Geister. Viele gehen natürlich davon aus, dass es so kommt wie immer. Halving und dann wird der Bullrun auch gezündet, wie üblich. Aber viele sind letztendlich auch der Meinung, dass das Ganze im Southern News Event endet. Da haben wir einige Artikel zugelesen mit einigen Theorien. Denn erstens aufgrund genau der Geschichte, es ist einfach im Vorfeld schon extrem viel gestiegen. Und eigentlich seit Ewigkeiten sollte eine Korrektur kommen, die bisher permanent ausgeblieben ist. Und generell, wenn wir uns natürlich auch den Fear and Greed Index anschauen, der immer noch in Richtung Gier bis extremer Gier sogar steht. Und wir kennen das alle, ja, seid gierig, wenn andere ängstlich sind. Und seid ängstlich, wenn andere gierig sind. Sprich, ja, dass die großen Fische natürlich auch da eher in Richtung Verkauf schauen. Zumindest nach dem Index. Hinzu kommt aber auch, dass unmittelbar danach, nämlich im Mai, schon wieder auch unter anderem eine Geldmengenerweiterung erfolgen könnte. So wie ein Zinsentscheid und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eher in Richtung, also turbulent wird es aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso. Die Frage ist nur, wie es ausfällt. Also meiner Meinung nach wird es auch den gesamten April so in die Richtung weitergehen. Das kann sein, dass wir mal das All-Time-High kurz kitzeln hier nochmal. Oder vielleicht auch so leicht knacken. Aber dass es grundsätzlich genau diese Bewegung hier irgendwie in der Form weitermacht. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich hier in keinster Art und Weise irgendwelche Trades eröffne. Weder long noch short, weil, schaut euch das an. Das hier zum Beispiel, das sind hier zwei Tageskerzen. Einmal von 68.000 runter auf 61.000. Und am nächsten Tag von 60.000 zurück auf 68.000. Das alles in einem Tag. Also da kannst du einfach nichts machen im Bitcoin außerhalb. Du arbeitest mit einem riesigen Stop-Loss und so weiter. Und ja, also wenn man das macht, ich bin da eher langfristig natürlich long orientiert. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass es turbulent wird mit genau so einem Schnack mal extrem schnell runter, mal extrem schnell hoch, um den Retailer wieder aus dem Markt zu schmeißen. Der dann hier Panik bekommt, wenn jetzt doch der Abverkauf folgt. Okay, war ja doch Sell-The-News-Event und dann geht es auf einmal schon wieder rückwärts. Ja, also genau so wird das meiner Meinung nach enden. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt ganz kurz vor dem Harving noch mit dem Harving oder auch kurz nach dem Harving noch tatsächlich diese eigentlich groß erwartete Korrektur sehen wollen. Gleichzeitig gehe ich aber auch nicht davon aus, dass wir mit dem Harving jetzt direkt den Startschuss für den wirklichen Bull Run, also wir sind ja definitiv in einem Bullen-Zyklus. Das ist ja auch so eine Theorie, wo sich viele darüber streiten, Bullen-Zyklus ja oder Bullen-Markt ja, aber Bull Run ist das noch lange nicht, weil es gerade einfach nicht so läuft, wie wir das kennen. Und dass das noch kommt, aber auch da selber Faktor wieder, die Masse hat nie recht. Also wenn alle davon ausgehen, ja der richtige Bull Run, wie wir ihn kennen, kommt noch. Und hier nach dem Harving der Vergeltung schlagt Bull Run auf, ach Bitcoin auf 170.000 und Altcoin-Rotation bis zum geht nicht mehr und alle machen vom jetzigen Stand aus nochmal 10, 20x. Ja, das ist nicht, läuft gerade nicht so, wie wir das eigentlich kennen, wie wir das aus vorherigen, zumindest aus den letzten zwei Bull Runs kennen und gesehen haben. Das ist einfach noch nicht da und deswegen erwarten das alle noch und genau da sehe ich halt auch wieder das Problem, weil es alle erwarten, dass es so kommt. Dann kommt es einfach anders, als man es denkt. Und genau deshalb denke ich auch, dass den April und den Mai das genau so weiterhin laufen wird in der Range. Sicherlich mal zwischenzeitlich mit einem neuen Old Town Heights, zwischenzeitlicher, dass es auch mal so auf die 75, 76, 77 vielleicht gehen kann. Das aber auch wieder abverkauft wird, irgendwie so wieder die Richtung. Dann kitzelt man nochmal die 60.000, hier geht es wieder hin. Also ich denke schon, dass wir uns in dieser Range hier noch leider Gottes eine Weile bewegen werden. Das ist immer so die nervigste Phase einfach, weil es ist keine klare Richtung. Keiner weiß genau, wo es hingeht. Es ist hier mal ein Shakeout, da mal ein Shakeout, dann wieder auf einmal ein Pump aus dem Nichts und man hat ihn irgendwie wieder nicht mitgenommen. Also es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwierige Marktphase. Ich bin super gespannt auf das Halving, was das jetzt auswirkt. Also das ist meine Theorie dazu, dass es in derselben Range bleiben wird. Also so gesehen übergeordnet nichts großes Spektakuläres passieren wird. Dass es weder ein Sell-in-the-News-Event wird, noch die Superaktivierung des Bullruns. Ich denke, da werden wir uns noch ein, zwei Monate gedulden müssen. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke nicht, dass im April, Mai da jetzt das Ultimative passiert. Wie gesagt, neues All-Time-High wahrscheinlich, aber halt nicht spektakulär. Ich glaube nicht, dass wir jetzt straight auf 80.000, 90.000 hochschießen in Richtung Ende April oder auch schon Mai. Ja, deswegen, ich bin gespannt. Deswegen läuft bei mir auch weiterhin noch der Sparplan. Aber großartig, ja, jetzt so in den Markt mitten reinsteigen beim Bitcoin oder erst recht ihn zu traden. Das mache ich aktuell einfach gerade nicht. Also ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, dass zum Thema Harving die Meinungen unterscheiden sich sehr. Was denkt ihr? Ist das auch mehr und minder zum psychologischen Effekt geworden? Oder wird das nach wie vor den finalen Bullrun aktivieren und das wird richtig knallen, sobald das Harving durch ist in den nächsten zehn Tagen? Oder denkt ihr, wir sehen trotzdem mit dem Harving jetzt tatsächlich mal die finale große Korrektur? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, wie ihr das Ganze seht. Und dann würde ich mir mal sagen, lasst ja gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.